Er hat gerade schon ein Handy rausgeholt. Jakob bedeutet, er wieder muss Mama und Papa abholen. Komm, du lässt es in der Tasche. Kein Bock, kaum Zukunftsperspektive, wenig Förderung. Über Hauptschulen gibt es super viele verschiedene Vorurteile. Justin ist Hauptschüler und ich darf ihn heute einen Tag lang begleiten. Ich möchte herausfinden, was an den Vorteilen dran ist, was Justin bewegt und was seine Träume und Ziele sind. Moin, ich bin Jakob. Ich bin Justin. Freut mich. Danke, dass wir hier sein dürfen und einen Tag mit dir verbringen dürfen. Was machen wir heute? Wenn wir zuerst in meine alten Klasse gehen, dann gibt es noch eine Judo-Stunde für dich. Da bin ich aber nicht dabei. Und dann am Ende zeige ich dir noch ein paar Tracks von mir. In welcher Klasse bist du denn? Ich bin jetzt wieder in der 9. Also in dieser Klasse meiner alten Klasse. Und sozusagen bis zur 9. bin ich da geblieben. Okay. Wie ist das für dich? Das ist sehr schlecht auf jeden Fall. Weil mit der Klasse haben wir halt alles zusammen gemacht. Und jetzt ist es halt ein bisschen komisch, dass ich in einer anderen Klasse bin. Ja. Versuche mich jetzt auch ein bisschen dran zu gewöhnen. Das ist mein alter Klassenraum. Da schreiben wir halt die Klassenarbeiten drauf. Unsere Termine, Abschlussarbeiten. Aha, okay. Und Ausflüge, die wir machen. Und da sind die ganzen Bilder von uns. Auch zusammen mit der Klasse. Ah, schön. Du bist auch noch überall drauf? Genau, ich bin auch immer überall drauf. Kommst du denn noch oft hier in deine alte Klasse? Ja. Ich hole meine Freunde ab. Mhm. Und dann gehen wir zusammen in der Pause zusammen. Wie ist das jetzt in deiner neuen Klasse? Die reden zu viel dort. Wie meinst du das? Die reden einfach zu viel. Mitten im Unterricht. Ach so, okay. Wo ist denn dein alter Platz? Gleich hier vorne. Hier. Okay, schön. Letzte Reihe, ja? Ja. Wie war das denn für dich, als du erfahren hast, dass du auf eine Hauptschule gehst? Das war erstmal nicht so toll für mich. Mhm. Weil ich hab sehr viel Schlechtes gehört. Was hast du denn so bei Hauptschulen gehört? Dass hier jeden Tag Schlägerei gibt und so weiter. Mhm. Viele Hausaufgaben und die Lehrer halt streng sind. Wie ist die Realität? Wir haben hier sehr coole Lehrer auf jeden Fall. Mhm. Und die Schüler sind nicht so, wie man gesagt hat. Wie bist du denn aufgewachsen? Sehr gut. Und seit wohne ich ja bei meinem Onkel. Wie kommt das? Vor einem ist mein Vater verstorben. Oh. Und jetzt wohne ich halt bei ihm. Ja, da können wir gleich gerne dann noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen, wenn du es magst. Nee, klar. Let's go, let's go, let's go. Morgen, hi. Moin, ich bin Jakob. Sedat. Freut mich. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Nimm dich Platz. Mache ich. Guten Morgen. Wie geht's euch soweit? Alles in Ordnung? Ja. Leute. Wir haben Jakob heute hier bei uns sitzen. Einmal guten Morgen allen Jakob. Wir steigen in unsere Geschichtsstunde ein. Das ist euch allen bekannt. Ihr macht euch Gedanken dazu, was gerade passiert. Ja, ich glaub die von früher nach dem Weltkrieg. Ja. Ich glaub die Grenzen. Die Berliner Mauer, die wir jetzt hier durchgezogen haben. Ich hab das auch bewusst hier komplett durchgezogen und habe Jakob und Justin getrennt miteinander. Was könnte das symbolisieren? Zwei Partner. Genau. Die und die der. Und da haben sie sich halt getrennt und leben viele Jahre ohne, ohne dass sie sich sehen. Haben die sich getrennt, weil die sich trennen wollten? Weil die gestern Abend richtig schlechten Abend hatten und sagten, oh nee, mit dir sitz ich nie wieder am Tisch oder so oder weswegen? Mal wahr. Also nein, die wurden mäßig gezwungen, weil Mauer wurde plötzlich gebaut und dann war der andere auf anderer Seite und drauf. Sehr gut. Unsere zwei Protagonisten, die Lena kramt wieder in dem alten Kram von dem Opa rum auf dem Dachboden und findet eine Aufnahme vom Opa. Liebe Familie, ich möchte die letzten Tage aufzeichnen, sodass ihr die Wahrheit kennt und genau wisst, wie es abgelaufen ist. Ihr bekommt von mir Sprechblasen, drei Minuten Zeit. Ihr schreibt eure Fragen an Opa Erich auf. Eure Fragen stellt ihr direkt an Opa Erich und Opa Erich versucht euch die zu beantworten. Hallo Opa Erich, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Opa Erich, was hat sich dadurch für dich verändert? Die Freiheit durch die Stadt zu gehen, Freunde zu treffen, all das war weg. Justin, möchtest du deine Frage? Konntest du mit Johanna kommunizieren? Der will nicht. Opa Erich, bist du da? Leider konnte ich seit dem Bau der Mauer nicht mehr mit Johanna kommunizieren. Wir nehmen nochmal die Sprechblasen mit zurück auf den Platz hier da. Die Tische kommen wieder zurück. Wie fandst du das gerade? Sehr spannend auf jeden Fall. Ist das normal bei seinem Unterricht? Ja klar, dann ist das immer so. Na eben hinten. Ich hab grad so ein Handy rausgeholt. Das müssen wir leider nicht ankassieren. Jakob bedeutet, entweder muss Mama Papa abholen, komm oder du lässt es in der Tasche. Meine Lieben, habt ihr sehr gut gemacht. Wir machen genau in der nächsten Stunde an dem Punkt weiter. Wen treffen wir denn gleich noch in der Pause? Komm her, Dio. Das ist der Trape. Dann sehen wir uns ja gleich in der Pause wieder. Wir sehen uns, macht's gut. Sehr, sehr, sehr geiler Unterricht. Schön, dass du da warst. Hätte ich damals solche Lehre gehabt, dann wäre mein Abi-Schnitt vielleicht ein bisschen besser. Justin hat schon erzählt, dass ihr beiden eine special Connection habt. Hättest du Lust, dass wir da gleich noch ein bisschen drüber sprechen zu dritt? Total. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr so eine besondere Verbindung zueinander habt? Wir hatten dann von Anfang an einen guten Draht zueinander. Justin hat früher mega schöne Locken. Und jedes Mal hat dann Justin immer so die Bewegung gemacht. Weil er hat gesagt, Herr Kai Hügel, schauen Sie mal meine Haare an. Und irgendwie, seitdem sind wir eigentlich, haben wir so eine enge Beziehung zueinander. Ist es normal als Lehrer, dass man so eine besondere Verbindung mit den Schülern dann auch direkt aufbaut? Oder sind das so Ausnahmefälle? Ich höre jedem zu. Ich höre wirklich, ich habe nicht nur die Ohren, um das zu hören, was im Unterricht passiert, sondern auch so zwischenmenschliche Sachen wie, Herr Kai Hügel, ich treffe mich am Wochenende oder mit einem Mädchen. Wo kann ich hin? Was kann ich machen? Oder Herr Kai Hügel, ich habe voll die Depri-Phase gerade. Und ich brauche mal kurz den Rat. Können wir kurz meine 5 Minuten Pause ein bisschen unterhalten? Also ich höre jetzt schon so ein bisschen raus, ihr redet nicht nur über schulische Sachen, sondern auch über außerschulische Themen? Wir reden viel über private Sachen, aber auch über meine Musik. Wenn ich was aufnehme, dann schicke ich das direkt bei Kai Hügel und rede darüber, ob da noch was fehlt oder ob das gut ist, die Aufnahme. Und er gibt mir halt immer die Tipps. Das heißt, du machst Musik? Ich rapp ein bisschen. Früher als Kind wollte ich immer Sänger werden, auch in der Grundschulzeit. Wird das in der Schule hier supported? Ja, das wird sehr supported. Mein Musiklehrer hier in der Schule, wenn wir mal Musikunterricht haben, rappe ich mal ab und zu. Und ich habe auch schon Songs aufgenommen im Studio. Geil. Ich zeige euch später gerne was. Mega. Gibt es denn irgendwelche Themen, die euch besonders zusammengeschweißt haben? Das letzte Jahr war ein schweres Jahr für mich, weil mein Vater gestorben ist. Mhm. Und Herr Coyote und Herr Salnitri waren immer für mich da. Und die Schule hat mich auch so ein bisschen abgelenkt davon. Ja, das war, glaube ich, echt eine besondere, schwere Zeit für Justin. Wie war das dann für dich? Ich wollte halt alle wiedersehen. Mhm. Weil ich war schon lange nicht mehr in der Schule. Mhm. Wie lange warst du nicht in der Zeit? Drei, vier Wochen. Alle Schüler sind auf jeden Fall erstmal zu mir gekommen, haben mit mir geredet und so weiter. Äh, in Pausen immer zusammengeblieben. Und dann wollten die noch nach der Schule mit mir rausgehen, sind rausgegangen. Haben was gegessen, was getrunken. Was möchtest du nach der Schule dann mal beruflich machen? Nach der Schule, wenn ich meinen Realabschluss mache, will ich in der JVA arbeiten als Justizvollzugsbeamter. Für mich ist das voll spannend. Ich hab da meinen Zukunftstag gemacht. Und das hat mir halt sehr gefallen. Das heißt, einen Tag lang hast du dir einfach alles angeschaut? Genau. Und das hat dir so gut gefallen, dass du das jetzt auf jeden Fall machen möchtest? Schön. Könntest du dir das auch vorstellen, später mal beruflich zu machen? So eine soziale Arbeit? Ja, auf jeden Fall, weil ich sehr gut mit Menschen umgehen kann. Mhm. Ich helfe gern weiter. Ich muss ihnen was zurückgeben auf jeden Fall und das macht mich stolz weiterzuhelfen. Zum Beispiel, ich arbeite im Jugendclub. Die können da Kicker spielen, Billard spielen. Mit den Kleinen gehen wir zum Beispiel jetzt in die Stadt ein Eis essen. Mhm. Mit den großen gehen wir dann schwimmen. Ich helfe bei jedem Hausaufgaben auch. Würdest du sagen, dass es Jugendclubs braucht, so als Zufluchtsort für Kids? Es ist total wichtig. Also anschließend nach der Schule nochmal irgendwo Anschluss zu bekommen. Würde es aber nochmal erweitern mit sportlichen Aktivitäten. Mhm. Würde vorschlagen, dass die Kinder auch Alternativen haben nach dem Unterricht. Weil aktuell ist es halt so, dass die Beteiligung nach der Schule eher gering ist. Und das sind halt solche Möglichkeiten, wo die Kids dann nicht unter so einer Beobachtung die ganze Zeit zusammen sind, sondern die sind frei, die können so sein, wie die sind. Finde ich sehr wichtig, da die soziale Kompetenz auch geprägt wird. Und auch der Perspektivwechsel, der dann da stattfindet. Weil ich kann mir vorstellen, dass einige eventuell vielleicht in ihrem Leben ganz gering mal einen Ausflug an Orte machen, an die sie im Regelfall nicht hinfahren. Ungefähr vor zwei Jahren haben wir mal die Judo AG ins Leben gerufen gehabt. Okay. Und das findet statt. Da nehmen viele Schüler teil. Beginnt mit der fünften Klasse bis zu den Kids, die in der zehnten sind. Ich würde dir vorschlagen, wir sehen uns auch einfach nachher in der Judo Halle. In der Sporthalle. Zum Judo treiben. Sehr, sehr gerne. Und dann können wir dir da nochmal ein paar Bücher auf jeden Fall zeigen. Ist ja geklingelt. Das heißt wahrscheinlich Pause. So und jetzt lerne ich erstmal deine Kumpels kennen. Ja klar. Super. Okay und das sind also deine besten Freunde aus deiner alten Klasse? Ja auf jeden Fall. Die kenn ich auch ziemlich lange. Wir haben auch vieles miteinander gemacht. Ja. Und waren auch immer draußen, haben was unternommen. Vermisst ihr euch auch jetzt, wo ihr euch nicht mehr so viel seht? Ja, eigentlich schon. Wenn wir in der Klasse sind, dann fehlt immer diese eine Person, die immer geredet hat. Ja. Und er ist auch ein Ripper. Er rappt. Er freestylt manchmal. In der Klasse einfach? Ja. Einfach so manchmal. Okay. Freestylen kannst du also auch? Muss ich noch üben. Muss ich noch üben. Okay. Was ist denn so das Besondere an eurer Klasse? Die Stimmung. Die Leute in der Klasse. Der Lehrer. Wenn der Lehrer auch Spaß versteht. Auch sympathisch ist. Ja. Dann ist okay. Okay. Ich hör schon raus, den Lehrer mögt ihr sehr. Ja, der Lehrer. Wenn ihr mal so auf andere Menschen trefft, wie reagieren die, wenn ihr sagt, dass ihr auf einer Hauptschule seid? Manche lachen uns aus, weil wir Hauptschüler sind. Also für mich persönlich ist das egal, wenn wir das sagen. Weil ich weiß, wenn man in der Hauptschule ist in der Klasse, können wir einen Rallschulabschluss machen. Ja. Und das versuche ich jetzt zu machen in der Klasse. Häufig fragen die immer, was wir nach der Schule machen wollen. Ja. Und was wir einen Abschluss machen wollen. Was sind denn so eure Ziele für nach der Schule? Ausbildung zu machen, als Kfz-Mechaniker. Mhm. Bei dir? Ja, Kfz-Mechaniker oder Frisur. Was wünscht ihr euch denn so für die Zukunft? Erst mal Ausbildung, Führerscheinauto, Haus kaufen. Ja, und dann, wenn ich ein Haus habe, dann ist alles zu sehr fest. Ich glaub, ihr müsst wieder in den Unterricht. Dann sehen wir uns bestimmt später irgendwie noch. Was ist euer Traumberuf? Schreibt's in die Kommentare. Wie? Let's go. Wir gehen in die Sporthalle. Ich hab den Judo und du schon für dich zur Seite gelegt. Warum bist du denn Hauptschullehrer geworden? Tatsächlich komm ich selber von der Hauptschule. Was die Kids hier durchleben, im Groben und Ganzen hab ich das Ganze auch alles durchgelebt. Wie sah denn deine Schulzeit aus? Ich hatte echt schwierige Momente. Mhm. Vor allem die Anfangszeit, sprachliche Schwierigkeiten, die da waren. Aber ich wurde eigentlich schnell aufgenommen. Also ich hatte nie das Gefühl, irgendwie nicht Teil vom Ganzen zu sein. Gab's dann irgendwie so Sachen, die du damals in deiner Schulzeit vermisst hast? Ich hätte mir, oder hatte mir dann irgendwann auch gewünscht, auch mal ein bisschen mit meinen Lehrkräften ein bisschen mehr zu tun zu haben. Auch zu spüren, dass die Lehrkraft eigentlich, ey, der ist auch noch alles aus Fleisch und Blut, ne? Ja. So wie ich und gar nicht abgespaced. Hattest du denn damals auch irgendwie mit Vorurteilen zu kämpfen als Hauptschüler? Bei Bewerbungsverfahren zu einem Praktikum zum Beispiel damals in der Zeit. Da bin ich hinter den Betrieben her und hab mich da echt bei jedem Einzelnen vorgestellt. Aber es war schon schwierig. Wie versuchst du denn hier als Lehrer die Vorurteile aufzulösen? Ich lebe immer so ein bisschen nach dem Motto, oder gib den Kids das auch so mit, irgendwie, wenn du möchtest, dass dich, also dass sich etwas ändert, dann bist du immer die erste Person, die sich dann verändern muss. Agiert nicht als Klischee. Geht nicht in die Welt hinaus und sagt, ey, ich bin nur ein Hauptschüler und die akzeptieren mich so oder so. Absolut nicht. Wenn du dich so verkaufst, dann verkaufst du dich unter Wert. Verkauf dich nie unter Wert. Übernimmt man sich dann nicht manchmal auch so ein bisschen emotional? Ja, tatsächlich schon. Es ist halt immer so, dass man so eine gesunde Grätsche machen muss zwischen Arbeit und privatem meinem Leben. Man muss so ein Gefühl dafür entwickeln, so charakterlich. Okay, wie sehr will ich auch das Emotionale an mich rankommen lassen? Weil, auch wenn man will, kann man halt irgendwie nicht die ganze Welt retten. Wie siehst du denn die Chancengleichheit hier in Deutschland? Ja, die ist natürlich unterschiedlich. Jeder bringt so unterschiedliches mit. Die Sprache, die Herkunft, die Art, wie man ist als Mensch, ist halt komplett unterschiedlich. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass eine gewisse Chancengleichheit auch besteht. Dass da echt gewollt ist, dass jeder mit den gleichen Bedingungen so in den Ring steigt. Vor allem auch an unserer Schule. Wir unterscheiden da nicht zwischen, okay, das ist mein Favorite und mit dem arbeite ich nicht so gerne. Sonst hätten wir uns, glaube ich, nicht für diesen Beruf entschieden gehabt. Ja. Inwiefern hebt sich das Konzept Hauptschule denn von den anderen Schulkonzepten ab? Das große Merkmal, der große Aspekt an den Hauptschulen sind, ist die individuelle Förderung. Also ich glaube, wenn man jetzt im Großteil irgendwie sagen würde, okay, alle Hauptschulen werden heute geschlossen. Das wäre ein Riesenverlust, weil die individuelle Förderung, die hier bei uns stattfindet, ist immens. Was wünschst du dir denn für deine Schülerinnen und Schüler so für die Zukunft? Die sollen die Bereitschaft haben, auch nach mehr zu greifen. Weil tatsächlich, die sind alle so rein im Herzen und so liebe Menschen, so liebe Kinder, die unterschätzen sich selber. Sehr oft. Unsere Sporthalle. Ja. Hochzeiten machen wir später. Judo-Gürtel. Ja. Hose und einmal die Jacke dazu. Bis gleich. Ich habe Judo tatsächlich noch nie gemacht, Freunde. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt wird. Gut siehst du aus. Gleichwärts. Wir gehen uns auch direkt auf die Matte. Warum habt ihr euch denn hier ausgerechnet für Judo entschieden? Ja, das Ganze ist so ein bisschen entstanden, weil ich ja selber aus dem Judo-Sport komme. Viele haben eigentlich diesen Drang danach, sich kräftemäßig zu messen. Mhm. Und auch den Körperkontakt aufzubauen zu anderen Schülern. Ja. Den die eigentlich im Rahmen des normalen Unterrichts nicht haben. Aber hier dürfen sie ihre Kräfte mal zu Vorschein bringen. Hier dürfen sie Kontakt haben. Hier dürfen sie mal jemanden richtig umarmen. Heute soll unser Schwerpunkt sein, wie werfe ich meinen Partner. Ich schieße meine Hüfte rein. Und nocke ihn seinen Schwerpunkt aus. Und dann liegt er da oben drauf. Und dann holen wir. Genau, Hand an den Gürtel. Ja. Hand hier dran. So, rüber. Sehr gut. Ja. Sehr gut gemacht. Stark. Dankeschön. Wir holen Justin ab und gehen mal in die Musik rum. Das ist der Musik rum, ja? Genau, ja. Was verbindest du damit? Habtest du hier schon mal Auftritte oder so was? Ja, ich hatte hier tatsächlich schon Auftritte. Ja. Und es waren hier volle Leute, Eltern und Lehrer. Ich war sehr nervös auf jeden Fall. Mhm. Aber nach einer Zeit ging's. Worüber schreibst du Texte? Ich schreib über Liebe, Hass bisschen. Liebe und Hass. Woher bekommst du denn die Ideen beim Texte schreiben? Ja, aus dem echten Leben. Aber manchmal pack ich noch was dazu, was nicht stimmt. Mhm. Und dann pack ich das halt alles zusammen. Er ist wieder unterwegs, draußen in der Nacht. Sie weiß nicht, wo er ist, sie weiß nicht, was er mag. Nur wegen dir ist mein Herz heute so kalt. Keine Liebe mehr, ich bin hart wie der Asphalt. Ich war nie perfekt, denn du hast nie vertraut. Doch ich war zu dumm und ich habe es versaut. Nur wegen dir ist mein Herz heute so kalt. Mega, mega krass. Bist du gar nicht mehr aufgeregt, wenn du auf der Bühne stehst? Nein, gar nicht. Echt nicht? Nein. Was bedeutet Rappen denn für dich? Wenn ich das tue, fühle ich mich irgendwie besser so. Hast du denn einen Künstlernamen? G-A-N, weil das war früher mein Vaters Spitzname. Und jeder hat ihn so genannt. Krass. Und den hab ich jetzt. Was sind denn so deine Wünsche und Ziele für die Zukunft? Dass ich einen guten Abschluss mache auf jeden Fall. Mhm. Und eine Ausbildung in der JVM machen kann. Justin, ich danke dir für diesen Tag. Ich find's auf jeden Fall übertrieben krass, was ihr für so einen Klassenzusammenhalt habt und auch diese emotionale Verbindung, die ihr zu euren Lehrern habt, wie krass die für euch da sind. Ja, auf jeden Fall. Das ist mir auf jeden Fall extrem besonders vor. Ich hatte sowas nie auf meiner Schule. Jede Schule ist anders. Ja, gut gesagt. Schreibt in die Kommentare, was euer Traumberuf ist. Nicht vergessen zu liken und zu abonnieren. In diesem Video hat Gizem Seskin und Fili kennengelernt, die mit zwei verschiedenen Kulturen aufgewachsen sind. Und in diesem Video haben unsere Kollegen von Reporter Jonas kennengelernt, der in seiner Schulzeit gemobbt wurde, weil er queer ist. In diesem Sinne. Tschüss. Die Laufrolle. Die Laufrolle. Die Laufrolle.